Herzlich willkommen in der BOSS-Klinik, Ihrer Zahnarztpraxis auf höchstem Niveau im ersten Wiener Bezirk. Dr. Agnes Mescherosch und ihr erfahrenes und engagiertes Team bieten Ihnen umfangreiche Fachkompetenz in der interdisziplinären Zahnmedizin, um Ihre Gesundheit zu wahren und die Lebensqualität zu steigern. Dabei stehen Sie als Mensch stets im Mittelpunkt der Behandlung. Wir bilden uns regelmäßig weiter, um Ihnen Behandlungskonzepte auf dem neuesten Stand der Wissenschaft bieten zu können und beraten Sie selbstverständlich gerne ausführlich zu den verschiedenen Behandlungen. Ob für natürlich aussehende Implantate, professionelle Parodontologie oder individuelle Zahnregulierung und Kieferorthopädie, bei uns können Sie sich auf medizinische Expertise und kompromisslose Ästhetik verlassen. Wir wissen außerdem, dass der Besuch eines Zahnarztes für viele Patienten etwas Überwindung kostet. Um es Ihnen möglichst angenehm zu gestalten, begrüßen wir Sie bei uns in einer modernen Praxis mit echter Wohlfühlatmosphäre. Vereinbaren Sie einen Termin und erleben Sie den Unterschied. BOSS-Klinik, weil Ihr Lächeln immer eine gute Investition ist.